Hey, was habt ihr denn? Jetzt bleibt doch mal stehen. In der Gruppe zusammenbleiben. Fubi, Fubi, was machen wir jetzt? Wir müssen weiter hoch, Freunde. Ruf sie zusammen, Fubi. Oh nein, das war eine blöde Idee. Was ist, wenn jetzt ganz viel Himmelswasser runterkommt? Das könnte uns vom Weg runterspülen. Sollen wir zusammenbleiben und alle wieder runtergehen? Ich weiß nicht, was das Richtige ist. Jetzt hör auf, dir darüber den Kopf zu zerbrechen. Tu, was sie tun würden. Hör auf dein Gefühl. Meinst du wirklich? Tja, wir sind fast oben. Vielleicht gibt es da oben eine geschützte Stelle, wo wir warten können, bis das Himmelswasser aufhört. Dann nichts wie hin. Bucky! Augen und Ohren offen halten Natürlich, du hast ja recht, Petri Oh nein Da lang? Oder da lang Wir nehmen den Weg Da drüben, Freunde Das gab ich witzig Da drüben, Freunde Die große, helle Scheibe Hey, ihr könnt wieder rauskommen Das Himmelswasser hat aufgehört Aus dem Weg Auf dem Weg Auf dem Weg Auf dem Weg Auf dem Weg Hey Wo ist Dufa? Ich weiß es nicht Hat jemand von euch Dufa gesehen? Ich hör sie Kommt mit Ja Das hat sie doch ein Lauschen Ja 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 Oh nein! Dufa! Hallo! Kleiner Spaziergang? Wir sollten doch zusammenbleiben in einer Gruppe. Das klingt lustig. Tja, das sagt sie immer. Dufa! Du musst rüberspringen! Was soll ich machen? Springen! Du musst springen! Los! Sprung endlich rüber! Lässt uns weitergehen. Du musst springen! Du musst springen! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020